Was geht ab meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Heute mache ich mal wieder was zum ersten Mal und zwar werde ich heute das erste Mal mit Paddles spielen. In einem meiner letzten Videos hatten wir ja den PS5 DualSense Edge Controller getestet, der neu rauskam. Das ist ja ein Scarf Controller, also ein Controller der Paddles hinten hat. Und dort im Video hatte ich euch gefragt, ob ich einfach mal mit den Paddles versuchen soll zu spielen das erste Mal. Und extrem viele von euch meinten in den Kommentaren, dass ich das Ganze machen soll. Und deswegen werde ich heute das erste Mal auf dem Scarf Controller mit Paddles spielen. Und mal sehen wie ich mich so anstelle. Und ich würde sagen, wir können auch direkt reingehen, aber vergisst auf jeden Fall nicht das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Beides ist mir wirklich sehr wichtig Jungs, deswegen geht einfach kurz drauf, lasst ein Like da, abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich extrem freuen und supporten. Und was ihr natürlich auch machen könnt, ist den Creator Code Rubixnice im iTunes Shop eintragen. Denn ich habe den Controller, mit dem ich heute Scarf spielen werde, extra für solche Videos geholt. Und solche Controller sind echt nicht billig, also der Controller hat wie ihr wisst 250 Euro gekostet. Deswegen tragt auf jeden Fall zum Supporten gerne kostenlos den Creator Code Rubixnice ein. Und dadurch kann ich dann auf jeden Fall in Zukunft solche Controller und damit auch solche Videos finanzieren. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und ich spiele jetzt das erste Mal mit Paddles. So Jungs und ihr seht schon, ich habe jetzt hier auch direkt wieder den PS5 DualSense Edge Controller am Start. Und kurz bevor wir mit all dem starten, und zwar werde ich jetzt nicht im Detail die ganze Verpackung und so weiter zeigen, weil das habe ich alles schon im letzten Video gemacht, wo ich den Controller komplett gezeigt habe. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt und euch interessiert, was alles mit dabei war und was der Controller alles kann, dann checkt einfach auf jeden Fall das letzte Video ab oder klickt hier einfach auf die Infokarte und dann könnt ihr euch dort das Video anschauen, wo ich wirklich alles rund um den Controller zeige. Heute beziehen wir uns wirklich nur auf die Paddles und dafür drehen wir einmal den Controller um, denn logischerweise sind die Paddles auf der Rückseite. Und ihr seht schon, die Paddles habe ich jetzt noch nicht dran gemacht. Ich wollte euch einmal zeigen, was ich jetzt hier erstmal genau vorhabe. Denn ihr wisst ja, bei dem PS5 DualSense Edge Controller hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten, welche Paddles man benutzt. Und zwar hat man einmal diese Paddles hier und dann hat man noch einmal diese Paddles hier. Also man hat zwei verschiedene Paddles, die man theoretisch dran machen kann. Und ich habe mir jetzt hier ein bisschen überlegt, wie ich das am besten machen kann, wie ich die Paddles am besten hier testen soll. Und ich habe mir gedacht, wir testen als allererstes, weil ich mich mit denen ein bisschen sicherer fühle. Z.B. denke, dass ich mich mit denen sicherer fühle. Also weil ich ein bisschen vertrauter mit denen bin. Machen wir erstmal diese Paddles hier dran. Also die hier so nach außen gehen. Weil, wie gesagt, die Paddles habe ich schon öfter irgendwo gesehen und die sind mir ein bisschen vertrauter. Und ich glaube, mit denen komme ich auf jeden Fall für den Anfang ein bisschen besser klar. Und ja, wir werden auf jeden Fall erstmal jetzt versuchen, z.B. ich werde jetzt erstmal ein bisschen versuchen, mich mit denen einzuspielen. Ich werde euch genau zeigen, was ich machen werde und was ich für welche Taste benutzen werde. Und ich bin echt gespannt, weil ihr wisst ja normalerweise, ich spiele ja Chlor, Jungs. Also ihr wisst ja, dass ich hier gar keine Paddles habe. Ich spiele ja normalerweise auch nur den Controller hier. Also den PS4 Standard Controller. Und bei dem spiele ich ja ohne Paddles. Also der Controller hat ja keine Paddles oder sonst was. Sondern ich spiele ja wirklich hier Chlor. Das heißt, ich drücke hier ja die Flächentasten mit meinem Zeigefinger. Und das wird jetzt eine komplette Umgewöhnung für mich, jetzt nicht mehr Chlor zu spielen, sondern ich werde jetzt, wie gesagt, die Paddles benutzen. Und ich würde sagen, das auf jeden Fall dazu. Wir testen jetzt erstmal die. Und wir gehen rüber in Fortnite und testen dort das Ganze. So Jungs, und da sind wir auch schon nach vorne halt angekommen. Und ihr seht schon, den Controller habe ich natürlich auch schon direkt angeschlossen. Und bevor wir jetzt hier irgendwie direkt überstützen und anfangen zu freebillen, ist es glaube ich erstmal ganz interessant und wichtig anzuschauen, wofür die Paddles normalerweise, also standardmäßig für sind. Und ihr habt gerade schon gesehen, der eine Paddle ist für das Springen. Also in meinem Fall halt für X. Das heißt hier der rechte Paddle, also aus dieser Sicht der rechte Paddle, ist hier für das Springen. Also für die X-Taste. Und der linke Paddle, haben wir auch schon im letzten Video gezeigt gehabt, ist für taktisch Sprinten, also in meinem Fall halt für Kreis. Also ich habe auf der Kreistaste taktisch Sprinten gebeinert. Und deswegen fühlt das Ganze auch hier so aus. Und ich habe mir jetzt überlegt, was wäre das Schlauste, was man auf die Paddles drauf machen kann. Also was ist eine Taste, die man generell auf der Vorneit drückt. Und natürlich ist mir da als erstes in den Sinn gekommen, editieren auf eine Taste zu machen. Und das werden wir auf jeden Fall machen. Das heißt, auf eine Taste mache ich auf jeden Fall, also auf einen Paddle mache ich auf jeden Fall editieren. Und auf einem anderen Paddle mache ich, glaube ich, einfach standardmäßig, wie es hier auch schon ist, nämlich Springen. Also Springen ist ja auch eine Sache in Vorneit, die man sehr, sehr oft macht. Das heißt, dementsprechend macht es auf jeden Fall Sinn, auf einem Paddle auf jeden Fall X zu machen. Das heißt, der rechte Paddle wird wahrscheinlich für mich springen werden. Also ich werde das jetzt hier so umstellen, dass der rechte Paddle fürs Springen ist. Und der linke Paddle werde ich auf editieren machen. Also dass, wenn ich den linken Paddle reindrücke, dass das Ganze dann editiert. Und das ändere ich jetzt ganz schnell. Und dann sehen wir uns sofort wieder. So, ich habe das Ganze jetzt in den Beins geändert. Und jetzt können wir das Ganze auch hier direkt testen. Und zwar, wenn ich jetzt hier baue, was soll ich, ich muss so springen, genau. Wenn ich jetzt hier baue, ihr seht schon, das Ganze ist jetzt hier X bearbeiten. Normalerweise wäre ja bei mir L3 bearbeiten. Aber jetzt hier, wenn ich meinen linken Paddle reindrücke, fängt er an zu editieren. Da schauen wir uns aber gleich an, denn wir gehen das Ganze hier mit der Ruhe an. Ich versuche jetzt erstmal, mich ranzutasten, indem ich anfange 90s zu machen und dabei den rechten Paddle für springen zu benutzen. Damit ich damit ohne Probleme klarkomme, mache ich erstmal hier den einen Paddle raus. Also den Paddle, der fürs editieren ist. Den mache ich einmal jetzt hier raus, damit mich das Ganze jetzt hier unnötig verwirrt. Und wir versuchen einfach mal 90s. Und fängt hier mal nicht so gut an. Okay, warte, Konzentration. Ich muss mich wirklich darauf konzentrieren, dass ich nicht ausgesehen, mit meinem Zeigefinger X drücke, wie ich es normalerweise mache. Sondern ich muss wirklich komplett darauf achten, dass ich das Ganze mit dem rechten Paddle mache. Ja, 390s halbwegs. Ich fliege irgendwie die ganze Zeit so nach links. Aber, ja. Es geht's. Also, es geht full fit. Ich hätte ehrlich gesagt was Schlechteres erwartet. Also, ich kriege es nicht immer perfekt hin, so. Sieht man ja auch. Aber so alles im Eim. Also, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jetzt direkt von Anfang an 90s hinbekomme. Um ehrlich zu sein. Ja, doch. Guck mal, Jungs. Jetzt, wo man das so sieht. Doch, die 90s sind gut, Alter. Also, ich komme schon mal ganz gut im Springen. Klar, hätte ich nicht gedacht. Ehrlich gesagt. Hat mich gerade echt überrascht. Weil es ist halt eine komplette Ungewöhnung für mich. Aber jetzt, wo ich das gerade so sehe, das ist schon okay. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Und jetzt, wo wir schon mal die 90s mit dem rechten Paddle getestet haben, würde ich sagen, nehme ich den Paddle einmal raus. Und wir machen den Paddle auf der anderen Seite ran. Denn jetzt kommen wir zum Editieren. Jetzt können wir jetzt halt leider nicht springen, ne? Weil ich den rechten Paddle rausgenommen habe. Also, können wir schon mit Kreis. Aber mit Kreis springe ich ja normalerweise nicht. Aber jetzt kommen wir zum, wie gesagt, interessanteren Part. Nämlich das Editieren. Ich glaube, das ist auch was, die meisten von euch interessiert. Und mal sehen, wie ich mich jetzt da so anstelle. Im Editieren. Bin ich ehrlich gesagt auch gespannt. Boah, doch. Hä, Digga? Ronaldo! Okay, warte. Hä? Ich schwöre, überrascht. Okay, doch, das Editieren sah auch gut aus. Also, es geht ja voll fit. Hätte ich nicht gedacht. Digga, was ist denn los mit mir? Also, wenn das jetzt schon so aussieht, dann würde ich nicht wissen, wie ich es aussehen würde, wenn ich mich komplett damit einspiele. Es geht ja komplett fit. Also, ja, ich kriege nicht die ganze Zeit die Erde zünden, aber das ist ja normal. Ich fange ja gerade erst an damit zu spielen. Ich probiere gerade Sachen, die ich normalerweise auch immer im Freewheel mache. Aber es funktioniert nicht immer so. Aber das Editieren an sich, also, dass ich ihn Double Edit direkt hinbekommen hätte ich nicht. Also, es hat mich gerade echt überrascht. Hätte ich schlechter erwartet, ehrlich gesagt. Also, ich hätte gedacht, dass ich gar nicht nicht mal ein Edit hinbekomme. Aber es geht ja komplett. Ich habe irgendwie voll das Gefühl dafür. Ich weiß nicht, warum, Jungs. Angeboren oder so. Wieso ich das jetzt hier kann? Direkt von Anfang an. Frag mich nicht. Guck mal. Bruder, Triple Edit, Alter. Was ist los mit mir? Also, Jungs, es ist ja was Komplett... Also, ihr müsst euch vorstellen, Jungs, es ist jetzt nichts Krasses, was ich baue. Natürlich nicht. Also, ein Triple Edit ist jetzt nicht weltüberragend so. Aber so dafür, Jungs, ihr müsst euch überlegen, dass ich spiele das gerade zum ersten Mal. Also, Paddels benutze ich das erste Mal in meinem gesamten Leben. Und dass ich dann direkt ein Triple Edit hinbekomme. Das überrascht mich persönlich selber komplett. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Aber ja, was willst du mehr? Okay. Ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen hier, mich damit einzuspielen. Also, jetzt hier einfach mal ein bisschen zu freebillen. Ich schneide euch einfach mal die Highlights rein, was ich so hinbekomme im freebillen. Ja. Ja, also, was ich merke, Jungs, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich irgendwie halt dieses Tastengefühl nicht habe. Aber ich baue viel weniger Treppen. Also, ich drücke viel weniger L2, was ich nicht verstehe. Also, woran das liegt. Ich drücke gefühlt halt nie L2. Also, ich baue nie Treppen. Und keine Ahnung, warum das Ganze so ist. Ich glaube, meine Finger denken einfach, also, kommen nicht damit klar, dass es auf einmal eine Taste mehr gibt. Und deswegen wird irgendwie die L2-Taste von meinem Ringfinger ausgeblendet. Aber ich baue halt wirklich viel, viel weniger Treppen. Das ist mir auf jeden Fall jetzt hier direkt ins Auge gefallen. Ansonsten, die Edits lassen sich auf jeden Fall sehen. Also, Triple Edits und so weiter. Hätte ich bei weitem nicht mit gerechnet, dass ich das hinbekomme. Das zeigt auf jeden Fall, wie viel Potenzial vom Ding her. L2 wirklich Scarf Controller bzw. Paddles haben. Also, die sind schon für was Gutes da. Ich muss sagen, natürlich gefällt mir Claw, aber an dieser Stelle trotzdem besser so. Also, nichts geht für mich über Claw. Und ich denke mal, wenn ich mich jetzt wirklich, sagen wir mal, also, werde ich jetzt nicht machen, aber sagen wir mal, ich würde mich jetzt dann mit zwei, drei Wochen einspielen. Ich glaube, dann wären meine Edits wirklich auf demselben Niveau, wie ich momentan mit L3 editiere. Also, das ist gut möglich. Aber ich würde sagen, jetzt machen wir einfach mal Kombination aus beiden. Und zwar mache ich jetzt auf den einen Paddle jetzt wieder Kreisheit, also springen halt drauf. Der andere Paddle ist jetzt auch drin. Und jetzt haben wir beide Paddles drin. Und mal sehen, wie das Ganze jetzt so aussieht. Jetzt können wir auch springen. Und ich glaube, das wird jetzt wieder aber so eine Sache. Also, ich merke schon direkt, jetzt bin ich tot überfordert. So, 1 in 1 ging es komplett, aber ich glaube, jetzt wird es, ja, ihr seht schon, ich springe aus Versehen, weil ich aus Versehen immer den rechten Paddle gleichzeitig auch mitdrücke, weil meine Finger halt gar nicht daran gewöhnt sind. Ja, ich springe aus Versehen die ganze Zeit. Seht ihr das? Ich springe aus Versehen. Jedes Mal, wo ich editieren will, springe ich mit. Guck, okay. Meine Finger, weil meine Finger da, meine Finger kennen das nicht. Meine Finger kennen es einfach nicht. Ja, guck dir das an. Was ist das? So, ja, ja. Okay, ich versuche mal einen Sidejump. Ah, ja, ich wollte mit X machen, hat nicht funktioniert. Ja, schon wieder. Okay, jetzt, komm. Sidejump. Jawohl. Sidejump. Edit, edit, edit. Nicht springen, nicht springen. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt wirklich komplette Überforderung, muss ich sagen, aber ich glaube, das wäre auch einfach Angewöhnungssache für mich. Beziehungsweise ist halt generell Angewöhnungssache. Also sagt, führt keinen Weg drumherum. Ja, so das Freebuilden ist halt wirklich viel, viel schwieriger, ne? Also, mit beidem gleichzeitig. Ich springe hier, keine Ahnung, wie ein Hampelmann, springe ich hier die ganze Zeit rum. Naja, ich würde sagen, Jungs, wir gehen einfach mal kurz ein paar One-Ons rein und schauen einfach mal, wie ich mich da so anstelle, gegen ein paar Gegner. Also, wir sind jetzt hier ein paar One-Ons drin. Und mal schauen, wie das Ganze so läuft. Schauen wir mal, edit wenigstens hinbekommen und auch das Springen. Nineties, so wie wir es gerade gelernt hatten. Ja. Highground haben wir schon mal, wichtig. So. Jetzt hier. Indizieren. Oh, ja, ne, hat nicht funktioniert. Ich versuche hier irgendwas schnell zu machen, aber ich kriege das halt gar nicht hin. Weil das Gefühl noch dafür gar nicht da ist. Aber, Kill haben wir schon mal. Nice. Da geht das halt jetzt sicher besser, ne? Das ist halt die Random-Spielersuche, aber, egal, ist wichtig für mich. So, Double-edded. Ja. Oh, das war gut, Alter. Oh. Oh, ich komme nicht raus. Max, Junge, Max. Nein. Ja, was ist los bei ihm, Junge, hä? Max Damage in seinen Dickschädel. So, Ninety. Ninety. Editieren. Ich muss es jetzt wirklich laut sagen, ne? Ah, ja. Ich muss gar nichts sagen. Oder was ist denn los, Alter? Also, ihr seht, Jungs, meine Finger, mein Finger verrutscht auch vom Paddel, Alter. Also, mein Finger war auf einmal hier oben. Mein Finger verrutscht einfach vom Paddel. Ich weiß nicht, warum. Also, jetzt wo ich gerade beide Paddel-Spieler mein Finger, geht einfach nach oben. Aber ich glaube, das sieht einfach an der Gewöhnung, die nicht vorhanden ist. Also, ich habe ja gar keine Gewöhnung, wie ich den Controller halten muss, deswegen. Oh, jetzt komme ich hier ins Edit-Menü auszusehen rein, weil ich springen will mit X-Taste. Nein, T. Nein, T. Oh. Ja, guck dir das an, Alter. Zubauen. Ich will nicht springen, ich will editieren. Bitte. Nein. Nein. Er ist in meiner Box, editier. Ja. Ey, Reset. Alter, Bruder, ist das schwierig, ne? Alter, sie ist halt so schlecht, der war. 19, 19. Also, wenn ich es einzeln mache, geht es. Aber wenn ich beides in Kombination machen muss, guckt euch das an, dann passiert sowas. Ja, ja. Das funktioniert nicht. Das ist wirklich so schwer. Jawohl. Der ganze Typ ist komplett schlecht. Naja, Jungs, ich glaube, wir haben das Ganze jetzt hier auch in Monions gesehen. Natürlich, ich war jetzt gerade in Monions tot schlecht. Also, wirklich in Kombination, Jungs, einzeln einzeln funktioniert es. Also, ich kann einzeln springen und einzeln auch editieren. Es geht auf jeden Fall eigentlich fit so. Aber, beides in Kombination. Wenn ich das versuche, im Fight noch vor allem anzuwenden, dann ist das wirklich viel zu schwer für mich. Also, weil ich halt noch gar nicht daran gewöhnt bin. Ich glaube, ich müsste wirklich über eine längere Zeit, so eine Woche oder zwei Wochen wirklich komplett darauf spielen. Und ich glaube, dann könnte ich wirklich einigermaßen auch solide Fights führen. Der Gegner war jetzt halt gerade nicht der Beste. Und deswegen habe ich da schon den einen oder anderen Fight gewonnen. Auch wenn ich das normalerweise gegen einen bisschen besseren Gegner easy verloren hätte. Aber naja, Jungs, auf jeden Fall ein bisschen Glück gehabt. Ich würde sagen, an dieser Stelle können wir das auf jeden Fall dabei belassen. Editieren hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Muss ich sagen, mit dem Controller, das Editieren ist sehr, sehr nice. Im Paddle. Hätte ich nicht gedacht. Aber habe ich auch schon ein bisschen mit gerechnet, dass das Editieren generell auf dem Paddle schon sehr, sehr nice sein kann. Nur, dass ich dir selber damit klarkommen würde. Hätte ich nicht mit gerechnet. Falls ihr noch irgendwelche Sachen mit dem Controller hier sehen wollt, dann schreibt mir das gerne an dieser Stelle unbedingt in die Kommentare. Dann werde ich das Ganze auf jeden Fall in den nächsten Videos auch nochmal mit umsetzen. Und gerne könnt ihr natürlich, falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein Like da lassen und den Kanal abonnieren, Jungs. Also, falls ihr das bis jetzt immer noch nicht gemacht habt, Jungs, dann ganz frech. Holt das auf jeden Fall jetzt nochmal zum Ende des Videos nach. Checkt an dieser Stelle auch gerne meinen Twitch-Kanal ab. Auf Twitch heiße ich mittlerweile Rubix, Jungs. Ich wurde als Twitch-Partner dort angenommen. Das heißt, ich bin dort auch jetzt verifiziert seit neuestem. Checkt das gerne ab. Da bin ich, wie gesagt, momentan sehr regelmäßig am Stream. Seid ihr gerne auch mal im Chat am Start. Da können wir live ein bisschen quatschen, ein bisschen miteinander zocken. Und ja, Jungs, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und Tschau. Tschau.